Jingle Bell Hallo und herzlich willkommen zum DollyTV Adventskalender Heute, unschwer zu erkennen, in einer etwas anderen Konstellation Ich sitze alleine hier und der Daniel sitzt nicht neben mir Es ist nämlich so, wir haben ja im letzten Video, oder in einem der letzten Videos Unsere Tannenbäume selber geschlagen, da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen Und jetzt ist es natürlich so, wir können diese Tannenbäume nicht einfach nur in ihrem geilen Kondom Irgendwie in die Wohnung stellen, sondern die müssen natürlich schön weihnachtlich geschmückt werden Da Daniel und ich aber jetzt nicht in der gleichen Wohnung, doch nicht in der gleichen Stadt sind Mussten wir improvisieren und aus diesem Grund haben wir uns gedacht Machen wir es doch so, ich zeige euch erstmal meinen Weihnachtsbaum Und dann gehen wir direkt nach Hamburg in seine Wohnung Und er zeigt euch seinen geschmückten Weihnachtsbaum Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir schauen uns meinen Weihnachtsbaum an Und danach gehen wir schnibbelibupp direkt nach Hamburg zu Daniel Aber erstmal ab zu mir ins Wohnzimmer Und da sehen wir ihn auch schon Mein Weihnachtsbaum, der steht bei mir hier drin Nicht so auffällig Ich weiß zum Beispiel, dass Daniels Weihnachtsbaum extrem US-like Viel zu drüber aussehen wird Also da wird bunt, bunt, bunt wahrscheinlich sein Hier eher die klassischen Rot, bisschen schwarz, bisschen weiß, bisschen LED Ganz geil eigentlich Ich mag es am liebsten, wenn es ein bisschen schlichter ist Aber das war es erstmal für meinen Weihnachtsbaum Ich gebe jetzt ab nach Hamburg Und von mir aus wünsche ich schon mal einen schönen Resttag noch euch Und viel Spaß beim morgigen Türchen beim DULTI TV Adventskalender Schaltet auch wieder ein Und es heißt DULTI TV macht Sachen Zur Weihnachtszeit Und ab zu Daniel Und da sind wir auch schon bei einem weiteren Türchen des DULTI TV Adventskalenders Der Baum Da habt ihr schon gesehen, wie wir ihn geprügelt haben Jetzt wird er noch geschmückt Und da ist der Baum auch fertig Schaut mal hin Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, 130, zwischen 130 und 150 Kugeln drin Aber ein Baum sieht natürlich nur gut aus, wenn er beleuchtet ist Also machen wir ihn jetzt an Und da ist unser Baum auch schon fertig Schön dekoriert Schön bunt Schön American Style Ich hoffe, es hat euch diesmal echt gut gefallen Jetzt wisst ihr, wie man so einen Baum richtig schmückt Schön mit geschätzten 150 Kugeln Eine tausender Lampenlichterkette Ist halt mal nicht ganz so traditionell, aber Abwechslung muss sein Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder eins, wenn es heißt DULTI TV Adventskalender Also bis dann, haut rein und tschüss JINGLE BELL 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 Bis zum nächsten Mal.